Heute bin ich das Baby und Broxy der Babys hinter, ich sag mal so, es ist vermutlich sein erster Tag bei der Arbeit, denn er stellt sich ziemlich schwierig an. Es wird richtig wild, halt auf den Like und auf den Abo-Button und jetzt viel Spaß. Hey Baby Kasper! Hallo! Sag mal, warum bist du denn ein Baby geworden? Was ist denn bei dir los? Ich bin halt gerne ein Baby und ich spiele hier auch gerne auf dem Insta. Hey! Hey! Keine Sorge, ich weiß, sie wollte dich klauen. Ich weiß, sie wollte dich klauen. Sag mal, hast du eine goldene Kette an? Oh mein Gott. Ja klar, Alter, für den Drip. Dein goldener Schnuller, okay. Ich lass dich wieder runter, okay? Ich will hier eh mit Panda Tudu spielen. Nein, ich hab das Gefühl, du hast irgendwie eine Windel, die ganz schön voll ist. Lass mich runter! Ich muss mich erst mal angucken hier ganz kurz. Lass mich! Doch, die Windel ist schon ganz schön voll. Wollen wir die mal wechseln gehen, Kasper? Wechseln gehen? Wollen wir nicht? Nein! Wieso nicht? Ich will das nicht! Ich mach dir mal ganz kurz drauf. So, dann hab ich hier ganz kurz eine neue Windel. So, und dann werde ich einmal ganz kurz ein bisschen wechseln. Okay, ist das in Ordnung für dich? Probier aus! Ja, ja. Mach ich doch gerade. Ah! Ich bin als Baby vom Wickeltisch gefallen! Hey! So, pass auf. Ich muss irgendwie... Ich muss irgendwo die Windel auf mich drauf machen. Ja, mach mal! Okay. Aber das Ding ist, du brauchst es anscheinend gerade nicht. Nee, nee. Mir geht's blendend. Also von mir aus kann ich auch erst mal was essen. Ich hab irgendwie ein bisschen Hunger, glaube ich. Komm, weißt du, wir können ja auch mal rausgehen. Ein bisschen spielen. Wow, ein Pool! Darf ich da einen Pool? Möchtest du hier spielen? Im Sand? Ja, will ich. Guck mal. Guck mal, das baue ich für dich. Was baust du jetzt? Guck mal hier, ich baue dir eine kleine Burg. Du baust echt eine Burg für mich? Ja, hier. Das ist ja mega süß. Komm, weißt du was? Pass auf, ich mach's mal so, dass du jetzt rutschen kannst, okay? Okay, okay. Aua, schlechter Vater, schlechter Vater. Warte, muss ich nicht. Oh, geht's dir nicht gut? Schlechter Babysitter. Alles gut bei dir? Mir geht's ganz und gar nicht gut, weil ich dich sehe. Vielleicht bist du nur ein bisschen schwindelig. Komm, ich mach mal ganz gut so. Hier, komm. Und jetzt schauen wir dich mal. Juhu! Oh mein Gott, das macht so viel Spaß. Glaub ich dir. Glaub ich dir echt. Das sieht gut aus auch, ne? Macht dir Spaß? Ja, ja, macht Spaß, macht Spaß. Okay, pass auf, ich nehme mal ganz kurz wieder mit. Und dann gehen wir noch mal ganz kurz hier in den Pool. Du kannst auch noch nicht schwimmen oder so, ne? Ich bin Baby. Ja gut, das hat ganz schön. Aaaaaah! Hey, alles gut? Ich bin durstig. Alles gut? Ich hab Durst, Broxlo. Ich will jetzt sofort was trinken, Mann. Warum weinst du? Ich will was trinken jetzt sofort. Ich komme nicht mehr raus. Ja, selbst schuld. Warte. Du bist so ein schlechter Babysitter. Warte, ich guck erst mal. Okay, du bist anscheinend echt Durstig. Ich hab Durst! Ich will dir was zu trinken, okay? Ja, mach mal. Willst du das Ding haben? Nein, das ist Cola. Das darf ich nicht. Achso, okay. Ich brauch was von drin. Ja gut, warte mal. Ich hol dir ganz kurz was. So, ich guck mal gerade. Wollen wir denn hier... Hör auf, du schreit. Ich kann damit nicht um. Ich muss hier irgendwo... Ist hier irgendwas zu trinken? Hallo? Ich brauch jetzt mal hier einen Drink, Mann. Okay, warte mal. Sieh zu. Da ist doch was, oder nicht? Hier. Bleib da kurz liegen. Ich komm sofort zurück, Kasper. Lass wir dich aufgeben. Nein, das will ich nicht! Hilfe! Hilfe! Roxo, ich werde entführt! Roxo, jetzt... Hier, bitte planten! Hey, Kasper! Lass mein Baby in Ruhe! Lass mein Baby in Ruhe! Das ist mein Baby! Lass mich sofort unter die Schrägschraube! Los! Ihr habt mein Baby! Alter! Ich will das bei dir nicht! Jetzt hör einer auf den Kopf! Jetzt hör einer! Ich werde dich zurückholen, okay? Ja, okay. Ich muss dich irgendwann loslassen. Ah! Da kommt die los zu trinken. Aus dem Wasserhahn? Uh, das schmeckt aber gut. Ich bin aber immer noch durstig. Die macht mir... Oh! Sie hat mir eine gemacht! Eine Trinkflasche! Oh, ich dachte... Oh, und ich wollte dir Cola geben. Oh, äh... Kasper, warte mal! Danke, danke! Wie soll ich loslassen? Lass... Ich bin satt! Ich bin satt! Lass mich jetzt runter! Nein, sie will mit dir nach Hause! Ja, ja, Roxo, Roxo! Oh, mein Gott! Das ist mein Baby! Das ist mein Baby! Die wollte mit mir echt nach Hause, Alter! Was wollte die von mir? Schnell weg! Schnell weg! Die laufen hinterher! Ich verstecke mich jetzt! Ich verstecke mich! Im Bällebad! Darf ich ins Bällebad? Darf ich ins Bällebad? Bällebad? Okay, okay! Pass auf, da oben guckt schon so ein Aufseher da oben! Ja, pass auf, warte mal! Ich mache es so! Du darfst hier so ein bisschen rumkrabbeln! Darf ich in die Röhre? Ja, du darfst in die Röhre gehen! Das klingt ja immer ganz gut, was habe ich mir auch verdient jetzt! Hallo! Hallo! Kommst du auch nochmal raus? Ich verstecke mich jetzt hier vor euch, weil ihr böse seid! Ich schnappe mich nicht wieder, ne? Wenn du schaffst, kriegst du mich nicht! Das glaube ich ja wohl gar nicht! Durch die Wand durch! So, also pass auf! Du bist jetzt auf jeden Fall echt noch Windeln voll, ne? Ich muss jetzt sofort... Ich habe gar kein Gummo gemacht! Ich weiß, ich weiß die Milch, ich weiß die Milch kommt wieder durch! Du hast recht! Guck mal, wenn ich dich mal ganz kurz nehmen! Und dann... Aaaaaaah! Das mag ich ganz und gar nicht! Du kriegst das jetzt ins Gesicht! Ist ja alles voll, Kasper! Ich pinkele dich an! Was hast du denn alles gegessen? Okay! McDonalds! Mir geht's wieder super! Nein, das will ich nicht! Okay! Hey! Sag mal! Hä? Was machst du da? Ich mach gar nichts! Hahaha! Yo! Du hast einfach... Guck mal, die ist schon älter! Die ist schon älter! Na, die ist schon... Hey! Hör auf damit! Hahaha! Windel, Windel, Windel! Windel, Windel, Windel! Nein! Windel, Windel, Windel! Oh mein Gott! So, pass mal auf! Ich muss dich einfach ganz kurz ausdecken! Luftballons! Sie geht anscheinend gerade wieder sehr, sehr gut! Darf ich Luftballons spielen da? Bitte, bitte! Ja! Ja, okay! Okay, okay! Aber auch nur hinten, ne? Ja, ja! Ich lege dich hier hin! So, du kannst natürlich halt auch... Alter, lass mich runter jetzt, Mann! Ich will jetzt nicht mit den Luftballons spielen! Du kannst jetzt hier mit, äh... Keine Ahnung, hier sind ein paar Premium-Spielzeuge! Willst du ein paar Premium-Spielzeuge haben? So, die... Coolen Zeitschläger und sowas? Oder darfst du das auch gar nicht? Was ist das denn? Zeig mal, ja, das will ich haben! Sieht cool aus, ne? Ja, sieht mega cool aus! Du kannst ja alles nehmen, was du willst, ne? Du kannst dir Kuscheltiere nehmen... Sag mal! Was? Du weißt, dass ich seh, dass du dich versteckst! Ja, das ist schon schwindelig, Brox! Ich glaub, ich hab Fieber! Ich glaub, ich hab Fieber! Oh! Stimmt! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Stimmt! Du hast auch so hungrig! Ey, bleib jetzt auf! Bleib jetzt auf meinem Arm! Bleib jetzt auf meinem Arm! Das ist wichtig! Dir geht's grad nicht so gut! Und ich hab auch Hunger, Broxo! Ich werd dich jetzt mal... Nein, ich hab Fieber und ich hab Hunger, Mann! Und zieh zu! Okay, pass auf! Ich hol dir ganz kurz Milch! Okay? Ich hol dir ganz schnell Milch! Okay! Dann lass ich dir aber auf jeden Fall auf einmal durchchecken! Das ist ja nicht so gut, dass es dir nicht so gut geht! Mir geht's gar nicht gut! Äh, okay, pass auf! Ich muss erst mal ganz kurz was zu essen machen! Ähm... Alter, ich hab Hunger, Mann! Ja, ich mach doch jetzt! Jetzt komm aus dem Quark! Ja, ja! Äh, okay, hier! Das war fantastisch! Oh, du warst grad schon fertig! Äh, okay! Ich mach ein bisschen Babymilch fertig, okay? Äh, okay! Warte, bitte dich! Du bist so ein schlechter Babysitter, Mann! So, ich hab's fertig gemacht! Dann mach ich hier nochmal ganz kurz Baby-Essen! So! Das heißt, ich wollte jetzt ganz kurz ein bisschen Baby-Essen und sowas! Bist du denn zufrieden? So, hier! Zack! Ich kriegst du was zu essen! Hier hast du eine Schüssel Reis! Juhu! Lecker, aber in Wirklichkeit! Hass ich den Reis! Der Reis ist mega eklig! Ich weine in den Reis rein! Warte mal, ey! Du hast mal ganz kurz... Okay, der Geck ist halt immer noch nicht so gut! Das kann ich verstehen! Ich hab Fieber! Ich hab Fieber! 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 Dann werde ich da mal ganz kurz versorgen! Ich geh mit dir mal ganz kurz nach oben! Ist hier oben nur das Spiegeladen oder ist der auch irgendwo? Äh, Plastienraum, Kücherei... Oh, 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 oh! Was ist hier? Ah, okay! Der Medizinraum! So! Hallöchen, hallöchen! Ich hol den mal ganz kurz! Ich spritzen mag ich nicht! Das ist keine Spritze! Ich verspreche's dir! Keine Sorge! Okay, okay! Okay, danke! So! Hier hast du wieder ein bisschen... Das ist jetzt ein bisschen mit Medizin drin! Iiiiiiiiih! Ich bin dreckig! Was will denn dieses Baby jetzt an meinem Bein? Das wird aufgehoben werden! Einfach so ein Oscar-Baby! Ich bin dreckig! Ich muss gewaschen werden! Aber es ist doch unglaublich, dass ich... Erstmal pass auf! Hier, ein bisschen Milch auf dem Weg! So, bist du zufrieden? Bist du zufrieden? Hier? Äh! Tut gut, tut gut! Äh! Das ist nicht gut! Das ist übel eklig! Ich muss jetzt echt gewaschen werden, ey! Das ist also wirklich... Ja, okay, okay, okay! Pass auf, dann... Mach's mal hier, ganz gut! Ich mach's mal ein bisschen... Bisschen sauber, Kasper! Bisschen sauber! Oh mein Gott! Ja! Es macht so viel Spaß! Ist das gut? Das macht mega viel Spaß! Es ist richtig gut, es ist richtig gut! So, mal gucken! Wie geht's denn jetzt? Ich bin wieder ein zufriedenes Baby! Okay, dann würde ich mal sagen... Warte mal, geh mal zurück! Geh mal zur Tür da! Ja! Warte mal, bleib mal stehen! Bleib mal stehen! Nein, hier bei der Tür, aber da noch draußen! Hier, bleib mal stehen! Was denn? Hiiii! Hiiii! Was denn? Ich kann auf und zu machen! Ach so! Okay! Warte mal, wir gehen mal ganz groß aus draußen an die frische Luft! Ja, besser ist auch! Ganz gut! Dann können wir nämlich auch gegenüber, auf dem anderen Spielplatz spielen, der richtig cool ist! Oh, wie groß ist... Aber wo ist der Kinderwagen? Du brauchst noch einen Kinderwagen! Er brauchst schon einen Kinderwagen! Alter, jetzt holen wir einen verdammten Kinderwagen! Ich brauch keinen... Okay, denn hier, wenn du damit... Hey, was ist das denn? Was ist das denn? Ich kann natürlich auch so machen, wie du willst! Hihi! Ja! Los, schieb mich mal den Berg runter! Schieb mich mal die Rutsche runter im Kinderwagen! Pass auf! Ich geh jetzt mal ganz kurz hier! Warte, ich muss die Treppe hochgehen! So! Und dann... Spiel mal ein bisschen! Sei mal Baby! Mal gucken! Baby, Gagagug... Oh mein Gott! Alles gut bei dir, Kaspar? Alles gut! Ich habe aber wehgetan! Kannst du pusten? Ich kann pusten! Du hast voll den Mundgeruch! Hör auf! Du hast voll den Mund... Runter mit dir! Runter! Komm! Ich fange mich auf! Keine Sorge! Sicher? Das sieht ziemlich hoch aus von hier oben! Ich fange mich auf, Kaspar! Ich fange mich auf! Ich fange mich auf! Ah! Ey! Alter! Ich hab dich! Keine Sorge! Ich kann dir auch wieder ganz gut! Ich habe mich ganz schön müde drauf, ne? Und das angehen... Ah! Oh! Ah! Warum weinst du denn jetzt? Weil du blöd bist! Was ist denn das jetzt hier? Pass auf! Ey! So, ich bin außerdem hier in die Tür gelaufen. So, dann nehme ich dich mal ganz gut wieder mit. Dann stecken wir dich mal ins Bett. Dann musst du aber scheinbar eine Runde schlafen, wenn du nicht aufhörst zu weinen. Ich bin müde! Ich bin müde! Ich bin müde! Ich bin müde! So! Okay, Kaspar! Schlaf gut! Oh! 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 Tschau, tschau! Tschau, tschau! Ey, Freunde! Ich sag mal so, da konnte Proxy doch noch die Biege kriegen. Hatte ich doch noch einen schönen Tag, Freunde. Es hat Ultrabag gemacht, wenn es dir auch gefallen hat. Und ihr wollt, dass Proxy mal das Baby ist und ich der Baby sitze. Dann haut uns ein Like auf der A-Button, schreibt es in die Kommentare. Tut mir so einen Gefallen. Schreibt gerne einstuhl alle neue Videos aus. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und tschau, tschau!